Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stöpselkopf, ne das ist falsch. Hallo und herzlich willkommen hier zu den Stöpselkopf News Nummer 6 und wir legen auch gleich sofort mit den Themen los, nachdem... ...ich die neuen drei Abonnenten jetzt gerade mal an dieser Stelle begrüßen kann. Hallo! Und zwar als erstes möchte ich mich erstmal an dieser Stelle bei eurem wunderbaren Support bedanken, weil ich habe letzte Woche zum allerersten Mal eine Umfrage gestartet und die wurde ja so reg befürwortet, beziehungsweise ja auch gleich genutzt, dass das wirklich ein Ergebnis ist, mit dem ich jetzt gerade gar nicht mal so gerechnet hätte. Also ich hätte jetzt gedacht, naja, 25% sagen so und so und die anderen 75% so und so. Also dass es wirklich ein klares Ergebnis ist und naja, man kann jetzt schon sagen, dass es doch ein sehr ausgewogenes Ergebnis war. Ich öffne das gerade mal, ich hoffe, ihr könnt das jetzt auch sehen. Und zwar 54% sagen parallel zu den neuen Folgen und zusätzlich in der Woche sagen 54%. An dieser Meinung bin ich ja eigentlich auch, wie ihr ja auch an dem Ergebnis seht, dass ich dafür auch gestimmt habe. Und wie ihr seht, also wirklich die Distanz zwischen den beiden ist jetzt wirklich nicht so hoch. Also ich könnte da jetzt schon sagen, dass da wirklich geteilt ist. Und daher habe ich auch für mich selber jetzt so entweder den Kompromiss gefunden, naja, ich bringe das jetzt einmal die Woche, eine zusätzliche Folge. Oder wenn es zwei sein sollten, also zwei zusätzliche Folgen, wobei die Wahrscheinlichkeit auch schon etwas geringer ist als bei einer, dass ich das einmal freitags mache und einmal unter der Woche. Aber das ist ja jetzt auch sowieso erstmal so ein bisschen in den Sternen. Und des Weiteren habe ich nämlich auch gleich die nächste Umfrage für euch, weil ihr seid anscheinend der Meinung, Umfragen bringen das am besten besser auf den Punkt, bin ich ja auch der Meinung, weil man hat ein klares Ergebnis. Und deswegen starte ich jetzt quasi in diesem Video auch gleich die nächste Umfrage und in die gleiche Richtung eigentlich des Themas. Und zwar, ihr habt ja dafür gestimmt, dass quasi unter der Woche, nee, das ist falsch, zusätzlich in der Woche, doch eine zusätzliche Folge quasi unter der Woche von Stöpselkopf kommt. So, jetzt ist natürlich die Frage, wann soll die zusätzliche Folge kommen? Also ich habe jetzt natürlich montags die Stöpselkopf News und freitags die eigentliche Stöpselkopf Sendung. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann soll die zusätzliche Folge kommen? Wann wäre euch das am liebsten? Schaut ganz einfach mal bei dem Formschönen I rein, da habt ihr die Antwortmöglichkeiten. Natürlich ist der Montag und der Mittwoch, äh, der Montag und Mittwoch, der Montag und Freitag natürlich auch mit drin. Also wenn ihr jetzt doch der Meinung seid, also für diejenigen, die sich dann natürlich für den anderen Punkt in der letzten Wahl entschieden haben, dass die natürlich sich jetzt nicht benachteiligt fühlen. Da können sie natürlich jetzt genauso gut für den Freitag stimmen oder für den Montag, wie sie auch lustig sind. Also hier sind alle Wochentage vertreten. Ihr könnt ganz einfach abstimmen, was ihr möchtet. Und damit habe ich, glaube ich, auch mein, naja, eindeutiges Ergebnis hoffe ich doch, wo ich sage, da kommt die zusätzliche Folge. Und zusätzliche Folge ist auch gerade ein Thema, was ich jetzt auch als nächstes habe. Und zwar, wenn ihr jetzt dieses Video seht, ihr seid euch jetzt sowieso schon, ähm, verwundert, wie ich jetzt gerade klinge, ja, ich bin jetzt gerade auch nicht gesundheitlich auf dem Höchsten. Und habe dann jetzt auch diese Folge, äh, von den Stöpselkopf News zu einem Samstag aufgezeichnet. Sprich, dass ihr das zwei Tage später nach dem seht, nachdem ich das aufgenommen habe. Also, das hat nämlich jetzt nicht unbedingt was mit meiner Gesundheit zu tun. Okay, an dem Punkt schon, dass ich ein bisschen was vorproduzieren möchte. Weil ab Montag bin ich im Urlaub. Das soll jetzt nicht heißen, das soll jetzt nicht heißen, dass am Freitag keine Stöpselkopf-Folge kommt. Es kommt allerdings eine, äh, Stöpselkopf-Folge, die eher so in die Special- bzw. Infofolgen reingeht. Ist doch relativ umfangreich, was das, was den Inhalt angeht. Ist aber, glaube ich, auch eher dafür geeignet, eine Stöpselkopf-Folge zu sein, als eine Stöpselkopf-News-Folge. Weil es ist doch, naja, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber es eignet sich definitiv mehr für eine Stöpselkopf-Folge, als für eine Stöpselkopf-News-Folge. Und daher ist diese Folge natürlich auch jetzt zeitnah dieser Folge von den News, ähm, aufgenommen. Natürlich auch dementsprechend ist der News-Counter, der News-Counter, der Abonnentenzähler, natürlich jetzt auch an der gleichen Stelle, beziehungsweise vielleicht in der gleichen Nähe, wie jetzt gerade momentan mit den 203. Können sie natürlich dann auch eine 204, 205 oder vielleicht doch auch die 203 immer noch sein. Also seid da jetzt nicht verwundert, wenn ihr dann jetzt die neue Stöpselkopf-Folge anschaut, seht, der Kanal hat jetzt 210 Abonnenten, aber in der Stöpselkopf-Folge stecke ich kein Geld rein, weil es immer noch bei 203 ist, weil es ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube auch, ich habe es jetzt gerade richtig erklärt. In jedem Fall ist diese Folge vorproduziert, also seid da jetzt nicht verwundert, wenn dann jetzt die Abonnentenzahl immer noch die identisch gleiche oder die annähernd gleiche, wie die zu den News ist. So, und das nächste Thema ist auch, glaube ich, zugleich auch das letzte. Und zwar ist ein sehr kontroverses Thema jetzt auch die letzte Woche wieder aufgekommen mit der letzten Stöpselkopf-Folge. Ja, zum einen war das eine vorproduzierte Folge, wie ihr es vielleicht auch an dem Abonnentenzähler gesehen habt. Und ja, das war eine Infofolge, beziehungsweise eine Special-Folge, die zu einem Freitag kam. Natürlich, das geht auch einher, gerade mit meinem gesundheitlichen Ohr. Und ich schwitze gerade wieder wie ein Schwein. Diese Infofolge hatte ich natürlich auch vorgesehen, natürlich parallel oder zusätzlich zu der eigentlichen Stöpselkopf-Folge rauszubringen. Aber meine Gesundheit ließ es da gerade nicht wirklich groß zu, noch eine separate Folge aufzunehmen. Daher müsst ihr mir gerade mal nachsehen, dass es jetzt quasi Archivmaterial war aus der Vergangenheit. Aber das ändert sich dann ja, glaube ich, auch, sobald es mir besser geht und ich natürlich auch aus dem Urlaub wieder da bin. Das klingt gerade ein bisschen blöd. Ich bin krank und fahre dann im Urlaub. Ja, okay, wenn man den Urlaub natürlich vorab geplant hat und krank wird, das, glaube ich, kann jeder verstehen, oder? Aber das eigentliche kontroverse Thema an der Stöpselkopf-Folge war natürlich auch das Intro. Vielen ist es dann auch gar nicht aufgefallen, dass das Auto, beziehungsweise der Abspann auch ein anderer ist. Naja, das ist dann nicht groß verwunderlich, weil es immer noch die gleiche Melodie ist, aber ein bisschen anders aufgebaut ist. Wie natürlich vielen unschwer aufgefallen ist, ist das Ganze, naja, Mario, Super Mario angelehnt. Und na klar hat man auch gesehen, ja, da kommt eine Muskato-Flasche aus diesem Block raus. Ja, dieser modifizierte Mario sieht mir etwas ähnlich. Ja, da kommt ein Stöpselkopf dann einfach aus dem Bild und Titelmelodie und hier und da. Ja, natürlich ist das Ganze Mario nachempfunden. Da, glaube ich, brauche ich jetzt nicht groß irgendwie hier irgendwelche Storys erzählen, dass das nicht so ist. Tatsächlich ist das natürlich auch so, dass das Ganze an Mario angelehnt war. Und zwar dazu gesagt, ich hatte auch lange Bedenken, dieses Intro zu verwenden. Dieses Intro gibt es bestimmt schon, drei, vier Staffeln gibt es das schon. Allerdings hatte ich es nie fertig bekommen und zum anderen war es gar nicht wirklich für Stöpselkopf anfangs gedacht. Anfangs war das tatsächlich für die Intros, beziehungsweise als Intro für meinen Gaming-Kanal gedacht gewesen. Aber wem muss ich da jetzt noch was groß über den Gaming-Kanal erzählen? Und daher hatte ich ganz einfach gedacht, naja, da kannst du doch bestimmt auch irgendwie etwas rauskitzeln für Stöpselkopf. Und daraus ist dann natürlich dieses Stöpselkopf-Intro geworden und natürlich ist auch Teil Mario auch Teil meiner Kindheit. Und daher habe ich schon gedacht, na irgendwie ist das schon passend, auch wenn jetzt das jetzt nicht wirklich so viel miteinander zu tun hat, Stöpselkopf und Mario. Aber ich fand das einfach, naja, ein schönes Intro, was doch irgendwie mal aus der Versenkung geholt werden sollte. Weil es war einfach viel Zeit eigentlich schon dafür draufgegangen und es wäre eigentlich echt auch schade gewesen, dieses nie einzusetzen. Und ich meine, letztendlich läuft dieses Intro sowieso ja nur eine Staffel und danach kommt wieder ein neues Intro und nach dieser Staffel dann wieder ein neues Intro. Und ich glaube, trotz alledem ist es doch bis auf ein paar kleinen Fehlen dann immer noch gelungen und den Aufwand wert gewesen, wenigstens ein neues Intro für Stöpselkopf zu haben. Und ich glaube, damit muss ich jetzt, glaube ich, auch mal so allmählich die Folge schon wieder beenden. Es ist nicht nur, dass es hier drin gerade auch echt warm ist. Wie gesagt, mir geht es jetzt gerade auch nicht gesundheitlich so gut. Und ich glaube, damit seid ihr hoffentlich auch einverstanden. Vergesst an dieser Stelle nicht nochmal an der Umfrage teilzunehmen. Und so werde ich dann natürlich auch sehen, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin, wie sich diese ganze Sache verhält. Und natürlich werden wir das Ganze nochmal in einer separaten News-Folge nochmal besprechen, auswerten und schauen, wie die Zukunft das Ganze sich so verhält. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's schön gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.